Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest Arketrax anzunehmen bei Marius Täufer Spahn im Gebiet Azuna bei den Koordinaten 6429. Hierbei muss ich Arketrax töten, nehme die Quest gleich mal an und begebe mich zu dem Mob. Der befindet sich hier. Ist auch gleich tot. So, das war's auch schon. Dann begebe ich mich zum Abgabe NPC. Das ist Marius Täufer Spahn im Gebiet Azuna bei den Koordinaten 6429. Hoffe ich konnte euch helfen. Tschüss! Schwann! Junge.